ein herzliches hallo von mir an euch willkommen zurück zu einer weiteren folge robocop rock city und ja wir waren beim alten mann und gehen jetzt mal in die stadt und gucken was uns da erwartet ich hoffe übrigens meine stimme hält irgendwie durch ich muss sagen gestern im schnitt fand ich das gar nicht so schlimm mit meiner stimme aber dies halt heute definitiv nicht besser ich muss auch ein bisschen mehr husten ich hoffe ich krieg das alles ausgemutet wenn nicht bitte verzeiht mir aber ich möchte unbedingt weiter aufnehmen kennt ihr dieses die sind zwiespalt die seid eigentlich krank und aber ihr möchtet unbedingt ein spiel weiter spielen ich meine im normalfall muss man ja dann nicht unbedingt viel reden beim zocken aber wenn ich halt hier jetzt gar nicht mehr rede ist halt auch blöd und ja ich probiere heute einfach wie es funktioniert wie weit ich komme mit meiner stimme mit meinem hals und dann wird schon die war letztens noch nicht da als wählen da sind oder kann mich nicht daran erinnern wickel ist ob wir sind zu pickel ist okay wir haben tatsächlich sonst alles schon erledigt ist er denn wir finden jetzt noch irgendeine neben quest aber ich meine wir sind eigentlich genug herumgelaufen allein schon weil ich ja diese sechs ordnungswidrigkeiten gesucht habe eigentlich sind wir überall fünf mal lang so sind wir hinten schon lang ich habe gerade noch gesagt eigentlich sind wir überall lang aber doch ich glaube da waren wir auch schon so was pickel ist um kino hat er die jacke nicht letztes mal schon an gut kann er ja aber es klang ein bisschen so wie es hätte er die sich gerade neu organisiert aber die hat er doch schon immer an greetings waiting for the movie screening just browsing to find which movie would most enhance my nuke experience the longer you stick to a path the harder it gets to abandon it amen to that now tell me what's the next job for the police is finest duo i need information on spikes whereabouts that is so be i'll never forgive him for what he did the Briggs luckily there ain't much left of the street vultures after the bank heist they're probably laying low but now you mention it i heard about a biker who had a crash near the riverbank just buying the mark so your best bet is to check out the scene of the accident or maybe hit up a nearby mechanic to see if they know anything give it to pen either you really want justice for Briggs we owe him but it's more about daniel and gail and i think everyone will sleep better once those butchers are taken care of any witnesses ah there's this crazy old bum who hangs out around there he's nosy maybe he could help are you positive that he escaped on the damaged motorcycle not so much on it as with it from what i gathered the bike suffered more than just a dent i'm guessing he must have dragged it to some nearby mechanic to get it back in shape i think ben's shop is the closest yeah we go to ben thank you you have given me all i need i i know you're busy but there's something that i need your help with i will not be involved in any illegal activity that's very presumptuous of you i just need help finding a vhs tape in the rental place across the street the title slipped my mind and i assume you've got like a database or something in your head that'll make looking for it a breeze so what do you say will you help me look for it if it helps you stay out of trouble let us proceed yeah it'll solve all my problems let's go what are you looking for so there's this movie about a guy with a gun and there's this bad guy who wants something i'm pretty sure the title has some biblical reference in it you lack vital information on the subject die film beschreibung war grad so gut da gibt's nur ein film der das sein kann wieso muss ich immer vorgehen okay dann gucken wir jetzt nachfüllen wow garden of earthly delights oh man great movie very elegant panned by the critics though but the director is a badass he personally showed up to one of those ceremonies to accept the award for the worst movie of the year we do not need to bow to outside special easier said than done my man diamonds are made under great pressure you think there is a diamond within me you see my shine i'm just messing with you that was truly inspiration but let's get back to it ich dachte ich habe gerade wieder durch zufall umstehe ich jetzt plötzlich hier ich war doch hier ich habe durch zufall irgendwie direkt richtigen film gefunden aber das sortiersystem müssen sie halt hier euch noch mal ein bisschen prüfen normalerweise stellt man noch wenigstens gleiche filme nebeneinander zumindest kenne ich das noch so von früher aus videotheken das lustige ist ich hatte das thema kürzlich mit meinem kollegen auf arbeit das ist so richtige videotheken natürlich nicht mehr gibt aber auch für race dvds videospiele gibt es eigentlich gar nicht mehr so richtige videotheken so ich habe schon gesagt lass uns eine eigene videothek aufmachen wäre ich dabei oder eine gamothek keine ahnung wie man das dann spricht oder nennt kind shepherd love that one you know that movie could have never happened the director threw out the script after reading a couple of pages thankfully his wife picked it out of the trash and after reading it she forced her husband to give it another look everyone deserves a second chance do we i'm not so sure there is nothing that you cannot come back from spoken like a true good shepherd anyway i don't want to spoil the mood but that's not the tape we're looking for nothing in thriller or drama okay how about you check in the sci-fi and action section i'll have a look at horror aber wir haben das doch hier noch gar nicht durchgeguckt okay warum stehen hier eigentlich diese cheese dummies selestial decay classic still waiting for a sequel but the guy who did that one has never made a part two in his career but he said that if he ever did he'd do a sequel to that one how do you feel about that sequels remakes comic book adaptations etc tatsächlich bin ich nicht immer fan von buchverfilmungen oder comic verfilmungen oder neue verfilmungen aber ich kann eigentlich mit bei dem thema überhaupt nicht mitreden ich guck so wenig filme keine ahnung ähm aber es besteht die tendenz der nachahmung ja they tend to become imitations of themselves hard to argue with that there's been a lot of stinkers anyway risk and to sound like a broken record that's not the tape we're looking for ich kann mir vorstellen dass wir dann hier runter müssen oder gerade eben hatte der doch noch einen grünen punkt nach hier die frage ist nehme ich jetzt was voraus wenn ich jetzt mit ihm rede bitte 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 an investigation you can investigate the case of several tapes being overdue your main suspect is your friend over there oh man did he call us friends nice I don't have any instruments, but I don't have it here it's just shown with a different sensibility to what we used to maybe because the guy's European you know how they are it's different it's cool is all I'm saying recognizing beauty and something ugly is a unique feature doesn't pay the bills though then again I don't have bills to pay anyway Ah komm, we sind mal nett, oder? what what do you like movies do you want to shoot an action movie I think I'll wait till it comes out on VHS lights camera action crap 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 I need a hand over here do you need assistance? ETF I'll torch you down in einer Videothek? echt jetzt? aber ich mag das Lied gold tin knowing 察 0 x 0 0 0 0 0 Aber hier ist nicht Pickles, oder? Äh, Datenschutz, Entschuldigung. Ich darf jetzt einfach hier an den Computer gehen. Okay. Ist leider nicht raus. Lebt hier auch, Fortune. Ich mag echtes Lied. Klebrige und süße Schnitten, oh mein Gott. Jade Street. Grüne Gurken und Süßkram. Geschwindig verweht. Die Rache des Banjos. Den glorreichen Spelunken. Oh mein Gott. Legenden von Durinda. Cubis Arena. Todestraum 2. Fingerlos 2. Killer Katzen Krallen. Versteck dich oder stirb. Gottes Willen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht wirklich Filme sind, die existieren. Aber die Namen allein schon, würde mich ja jetzt nicht so ansprechen. Gehen wir dann hier hinten raus. Jade Street 3C war das, aber ich denke nicht, dass wir uns das merken müssen. Pickels hat doch jetzt bestimmt das Video mitgenommen, oder? Die Videokassette. Einfach geklaut. Hier ist auch Licht an. Aber sind wir hier nicht schon mal rein? Vielleicht auch nicht. Es hat wieder kurz geruggelt. Und jetzt. Du bist okay? Talk. Ah, ich hörte ein paar Torchheads sagen, dass sie weggekommen sind von den Kampen und durch die Video-Store. Sie hatten eine Wadde von Drogenmünen und nicht die Kampen haben, dass sie es nicht so machen. Also haben sie es in einer der VHS-Case. Ich habe das Titel nicht gehört, also ich brauchte Hilfe. Das ist nicht das Kind der Hilfe, ich war bereit, zu geben. Komm schon, gib mir eine Pause. Ich habe mich verletzt, ich weiß. Und ich verstehe, dass du auf eine Mission zu retten, um meine Leben zu retten. Mit all diesem großen Geheimnis von dir? Diamonds sind unter großartig Druck. Ich bin kein Diamonds, okay? Ich bin ein Junkie. Es ist nur eine Sache, die ich jetzt brauche. Was ist? All ich jetzt brauche, ist eine Verkaufung. Also, lass mich die Geld. Du wirst mich nicht fragen, was anderes. Du wirst einen Polis-Officer, um dich mit Geld aus der NUK-Distribution zu verlassen? Ich weiß, dass du ein Polis-Officer erst bist, aber du kannst nicht sein Freund, das eine fucking Zeit? Oh, nein. Ich weiß halt wieder nicht, ob wir uns irgendwas verbauen. Aber ganz ehrlich, als guter Freund würde ich ihm jetzt halt sagen, vergiss es, gib das Geld her, nix mit Drogen. Das war super nett jetzt von dir. Achso, wir haben zwei Punkte, weil wir so einen Ben und den paranoiden Landstreicher befragen. Ich glaube, hier bei 40 ist halt Ben, weil hier ist direkt die Werkstatt. Wir gehen zu Ben. Mal gucken, was hier los ist. Hallo, Herr Präsident. Ah, der beste Kampfer in der Hüte ist zurück. Wie kann ich sein, dass ich hier bin? Ich bin hier in regards zu einem Fugitiv. Oh, damn. Was ist das Problem? mit dieser Sache. Ich muss das Auto abziehen, oder Gott weiß, was passieren kann. Kannst du mir helfen? Es ist neu, und ich weiß nicht, wo ich das manuale pute. Stand back. Geh auf, dann. Mal sehen, wie es funktioniert. Ich dachte, du kennst das Auto abziehen. Es kann nicht so schwer sein. Bin ich jetzt wieder ein Auszubildender? So, weißt du, was das Problem ist? Sparkplugs are not the main culprit. There is no power. I detected an electric current inside the cooling tank. I recommend grounding it to fix the problem, but I am sure that you knew about that already. What? I mean, I would never miss such a thing. The coil has been disconnected. That would explain the car not starting. The battery is fine, stable, above 12 volts. There is one thing checked off, then. I guess it is an easy fix. Where is Ben? Oh, I should now now beheben. Ah, so. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Wir waren jetzt gar nicht bei dem paranoiden Landstreicher. Ach so, wir hatten oder. Ach naja, wir waren bei Ben. Ben ist okay. Hier ist immer noch Licht an der Tür. Das ist kein Zufall. So, wir sind gleich da. Hier war noch nie die Tür offen. Kannst du mir gerne ein Piercing durch die Augenbraue stechen? Er hat mich lustig. Ich bin nicht hier für das. Ich bin hier für das. Das ist ein Tattoo, dann. Das wird wirklich das Jawline ausbauen. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, du hast auch richtig viel Kundschaft. Grad. Um die du dich jetzt kümmern müsstest. Das war's. 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 Ich kann sie sehen. Okay. Das war's. Okay. Das war's. Das war's. Das war's. Ich will mit OCP arbeiten, um die Stadt zu verbessern. Ich will deine Interessen beobachten. Es ist Zeit, dass jemand das gemacht hat. Aber um es eine Realität zu machen, wir brauchen deine Unterstützung. Also, was du denkst, wenn du in Politik involviert bist? Ich stehe weit weg von Politik. Aber Politik ist nicht weg von dir. Du bist ein Symbol der Stadt. Alles, was du tun, alles, was du sagst, hat einen politischen Impact. Nichts egal, ob du sprichst oder öffentlich sprichst. Du solltest wählen, was du möchtest. Incompetenz und Unabhängigkeit, oder Partnerschaft und Determination. Nur einer dieser Weg, führt Detroit zu ihrer formeren Glorie. Du sagst, dass du nicht alle Team sein würdest. Also, wir schaffen ein Team, das du möchtest sein würdest. Wieso habe ich den denn jetzt unterstützt? Ich habe gesagt, ich will nichts mit Politik zu tun. Ich verstehe das Spiel nicht. Muss ich heute aber auch nicht mehr. Denn ich würde die Folge für heute beenden. Und wir sehen uns dann gerne morgen in der nächsten Folge wieder. Ich würde mich freuen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag. Macht noch was Schönes. Und ich winke euch. Bis morgen. Macht's gut. Bye bye. Bye bye. T organizational...